Ja, hier hat unser Fohlenkraller rausgeschmissen. Also machen wir jetzt hier weiter. Da wollte ich hin. Dütütüt. Das war ja hier der, der, der Schellenmann. Hehe, sag ich mal. Okay, runter. Dann wollen wir da mal hinreiten. Ja, ja, in der letzten Folge haben wir schon die Schelle komplett versaut. So, komm mal runter. Oh! Ich wollte da nur mehrere Ziele anvisieren. Und hier haben wir Pfeile verballert. Ja, tut mir leid, ich brauch, äh, ein bisschen. Hä? Wie? Die sind nicht gestorben? Komisch, die Viecher. So, füllen wir die Pfeile hier irgendwo? Ich glaube nicht, ne? Hey, was ist das für ein weißes Schaf? Das geht ja nicht zu töten, oder was? Geht doch. Ich brauch Ressourcen. Ich brauch Leder für meine Tasche. Hehehe, vorbeigehauen. Ja, wir müssen ein bisschen partierisch schlachen. Tut mir leid, meine Freunde, wenn ihr zuguckt und sagt, ach nö, muss das sein. Ja, es muss sein. Tierinnereit. Naja, gut, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Weil, hier, Inventar. Ich würde gerne den Beutel verbessern. Brauchen wir 140? Uh, 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 uh. Wir haben gerade mal 46. Alter, Nieder, das wird zu lange dauern. Und 300 mal, da haben wir 59. Okay, das dauert noch eine ganze Ecke. So, komm. Horst Hützel, komm. So weit entfernt. Alter Fall, der. Runter uns, okay. Wir reiten wieder runter. Mal sehen, was das ist. Die Schelle dürfte es ja nicht sein, ne? Oh, das sieht schon wieder so nach einem Rätsel aus. Guck mal hier. Das wird schon wieder ein bestimmt verseuchtes Gebiet. Könnte ich mir vorstellen. Na gut. Was? Treiben sich böse Geister herum. Oh, ja. Der hat bestimmt wieder irgendwo einen Baum. Baum, ne? Oder? Das war doch bis jetzt immer so, dass irgendwo so ein komisch böses Zeichen hing. Das war bis jetzt so ein komisch böse. Äh, ja. Schöne, sag uns mal Bescheid. Äh. Okay, 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 okay. Was macht uns das Quartier aus, wenn wir hier so rumlaufen? Ich glaub nicht, oder? Oh, da gehts irgendwie runter. Oh, ein Bergwerk. Cool. Oh, ein Bergwerk. Cool. Eh, Gesundheit bleibt. Wunderbar. Ja, komm runter da. Es steht ein bisschen komisch da, ne? Können wir alles gut gebrauchen? Oh, da unten ist noch was. Gott. Oh, da lag ne Leiche. Lacht der jetzt echt ne Leiche? Oder wie war das? Aber da oben ist noch was. Äh, da sind zwei. Oh, da oben ist noch was. Das Herz schlägt wild. Na gut, gehen wir mal rein. Bam, 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 bam. Da unten? Jo. Bei Odin. Endlich ist der Fluch gebrochen. Schön. Gibt's wieder 180 EP. Dann schauen wir uns, was es hier noch zu holen gibt. In die geheime vollen Grotte. Blutbefleckter Zettel. Boden ist, suche dich. Ich stelle den Schandpfeder her und wende sie gegen die Däne. Mögen ihre Augen bei ihrem Einblick verfaulen und ihre Lungen von ihrem Geruch brennen. Mögen sich ihre Mägen entleeren, wenn wir daran denken, auf das sie in ihrem gottverlassenen Land zurücksegeln. Aha, okay. Schöne geheime Höhle hier, ne? Ja. Hier war der Brief. Komm hier weiter? Nö, Gott. Naja. Dann können wir wieder rausgehen. Na komm, komm, geh durch. Geh durch. Ja, komm. Ja, fein, fein, fein. Quetsch dich durch. Und ich weiß immer noch nicht, wo man das einstellt mit dem, äh, Charakter. Männlich und Weiblein. Und wir hatten ja eingestellt gehabt. Bias, ne? Dass er situationsbedingt auf Männlein umschaltet. Auf den männlichen Charakter. Aber irgendwie, entweder funktioniert das nicht so recht. Zurecht. Oder es war noch nicht so weit. Okay, haben wir das auch abgeschlossen. Da ist wieder ein Kandal. Der hat, glaub ich, wieder 90 gehabt, ne? Du, 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 du. Du, 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 du. Und jetzt soll ich mal hier runterreisen? Lund. Hm. 90, 90. Und wir haben grad mal 61, ne? Äh, yeah. 61. Ui. Cool. So, das war hier die Schelle. Hm, 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 hm. 160. Nein, 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 nein. Da können wir noch nicht hin. Ich frag mich auch, warum bei uns immer noch nicht die, die... Na, das war schnell. Das Juulfest bei uns beginnt. So, der geheimnisvolle Berserker. Ja, das... Könnten wir eigentlich auch mal machen, ne? Müssen wir irgendwann mal hier irgendwo hin... Reisen. Und wir haben keine Schnellreisepunkte. Müssen wir irgendwann mal... Mal freischalten. Das Einzige wäre hier. Und von da aus dann so... Hier runter. Aber wir schauen noch mal hier lang. Wir suchen ja immer noch die Prinzessin, äh... Die Königin. Stufe 160. Oh. So... Groß sind wir noch. Hier ist 90. Könnte eng werden, ne? Aber hier... Hier gibt's auch nix. Aber wir setzen... Oh, ne... Äh... Ich wollte bloß einen Wegpunkt setzen. Können wir das? Ja, ne? Dann lass uns da mal hinreiten. Markierung setzen. Jo, dann wären wir hier ja fertig, ne? So... So... Ah... Quark, quark! Und die Krähe, so... Na komm, wir rum mal rein hier. Okay... So... So... Wie war da... Automatisch voll? Ach hier, Straße voll, ja. So... Nun, lassen wir mal alleine reiten. Haben wir ein bisschen Zeit zum gucken. Schade, dass es nicht hier so funktioniert. Oh... Oh... Weiter, 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 weiter! Kandall! Na toll! Alter, grüßt ihr das jetzt verfolgen? Ne... Gut. Warte mal kurz! Warte mal kurz! Warte mal kurz! Warte mal kurz! Oh, oh! Komm, ich bin echt hinterhergerückt! Warte mal kurz! Ich fühl dich campen! Lass mich in Ruhe! Der sieht uns immer noch! Oh, Ochsner Frotsche, okay. Du hast ihn getötet! Stirb! Ich hab hier keine Töte! Ich hab hier keine Töte! Oh, 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 Oh! Oh, Oh, Oh! Dein Ende ist direkt hinter dir! Hey! Ich lass dich bluten! Ey! Spinn's wohl, wa? Da! Ah! Oh! Kommt da noch noch angeritten hier? Ich hoffe mal nicht! Da waren noch ein paar mehr, ne? Oder? Alter Falte! Action pur! Huhuhuhuhu! Oh, ganz schön trübes Gebiet hier, muss ich sagen! Na zumindest hat... Unser, äh... Spähe für mich in die Ferne! Zumindest hat der Anderen... Und sich weiter verfolgt! Das ist schon mal gut! Das ist schon mal sehr gut, ne? Sonst hätten wir jetzt ein arges Problem... Da kommt irgendwer! Ich hör doch hier ein Pferdchen trappen! Eigentlich das ist ein Bild! Okay! Hä? Ja, ja! Ja, tut mir ja leid! Aber wir brauchen die Materialien! Leider, leider! Bam, 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 bam! Wo bist du? Okay, da! Wir brauchen immer noch Leder! Wir kriegen ja nur einmal Leder! Ist nicht viel, ne? Na gut, für ein Tier ein Leder ist ja normal, ne? So! Da gibt's nicht! Neemission oder ein Weltereignis? Schauen wir mal! Hä? Oh, da sind doch noch Gegner! Aha! Könnten wir ja mal bisschen erledigen, ne? Mit einem Attentat sollen wir langsam ranschleichen! Hä? Oh, wie das Blut fließen wird! Glaubst du auch nur? Komm! So! Warum hattet ihr jetzt kein Doppelattentat gemacht? Na, egal! Gott! Da gibt's ja noch was zum Futter, ne? Da ist noch eine! Keiner weiter? Gott! Er scheint allein zu sein! Auf dem... Jetzt! Für den Mord wirst du bezahlen! Echt? Watt ist mit dir los? Wir sind zwei gewesen! Hey! Ich weide nicht aus! Alter! Ihr seid doch wohl nicht ganz dicht, oder? Höh! Ach, nö! Alte! Ups! Das war nicht einer, der im Bus hing! Dort waren mehrere! Eieieieieiei! Hm! Okay! Und jetzt stimme ich hin! Julfers, Questverfolger! Würde ich ja gern! Und? Julfers schließe ein Bündnis in England ab! Ja, das haben wir doch schon gemacht, Mensch! Wir haben doch schon ein Bündnis abgeschlossen! Weiß nicht, warum er uns das nicht gibt! Okay, dann kann man die Pfeile einsammeln! Äh, wo war das jetzt, wo wir hinwollten eigentlich vorhin gerade? 800? 300? Da wollten wir hin!